Einen wunderschönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu Ihrem Wetter vor Acht. Es gibt den anstrengenden Schnee, das ist der, der auf den Straßen liegt und uns natürlich einigermaßen belästigt. Und es gibt den schönen Schnee, den man genießen und angucken kann, wenn man denn Zeit dafür hat. Und wenn dann noch die Sonne hier rauskommt, wie in Mittelhessen in Meerenberg, aufgenommen von Petra Zin, dann ist das Ganze natürlich wirklich ein Genuss. Und wir haben noch ein paar Schneehöhen für Sie rausgesucht, denn es ist ja ordentlich Winter geworden, nach diesem sehr warmen Herbst, zack, einmal umgestellt auf kalt. 42 Zentimeter liegen derzeit in Oberstdorf, auf dem kleinen Feldberg im Taunus, das ist in Hessen natürlich 36 Zentimeter Schnee. Tannenberg in Sachsen 25, Lüdenscheiden Nordrhein-Westfalen 12 Zentimeter, Mecklenburg-Vorpommern, Sagat hat es auch, 9 Zentimeter. Und in Cottbus liegen derzeit 5 Zentimeter Schnee. Und in vielen anderen Orten natürlich auch, die jetzt hier nicht alle auf die Tabelle konnten. Wir gucken mal auf den Radarfilmen. Alles, was dieses Pinke eingefärbte ist, das ist Schnee. Und Sie sehen noch einiges von dem alten Tief über Bayern, Sachsen und dem östlichen Baden-Württemberg. Der Rest verschwindet. Aber hier sehen Sie von Norden her, kommend über die Nordsee, kommend nach Schleswig-Holstein und auf die ostfriesischen Inseln vorankommt. Da ist schon der neue Schnee unterwegs. Das heißt, da ist das nächste Tief bereits dabei anzukommen. Und das bedeutet, dass morgen wieder weitere Schneefälle zu erwarten sind. Und das heißt natürlich wieder Achtung auf den Straßen. Gucken wir also in die Nacht hinein. Da passiert Folgendes. Dieses Tief hier, was Sie da gerade auf dem Radarfilm gesehen haben, rückt relativ zügig ins Landesinnere vor. Möglicherweise durch Höhlenkaltluft kann es sein, dass sogar mal Blitz und Donner kurzfristig dabei sind. Und ganz im Süden, da ziehen eben von dem alten Tief die letzten Schneeflocken ab. Dazwischen klart es teilweise auf. Und das bedeutet logischerweise, für alle wird es ganz schön kalt in vielen Regionen Deutschlands. Da sehen Sie die Frostnacht, minus 1 bis minus 6 Grad, Hochtäler örtlich bis minus 9. Der morgige Vormittag präsentiert sich dann so, dass diese Front langsam in die Mitte vorankommt mit dem Schnee. In Ostfriesland geht es wieder auf. Ganz im Süden ist es vorübergehend freundlich. Dann Richtung Nachmittag geht die Schneefallgrenze gerade im Westen ein bisschen hoch. Steigt so etwa auf 200 bis 400 Meter weiter nach Osten. Und im Süden ist das, was dann später ankommt. Schnee wird aber immer schwächer werden. Die Front schwächt sich ab. Höchsttemperaturen im Westen und Süden durchaus bei 3 bis 6 Grad plus. Sonst währte um den Gefrierpunkt und der Wind, der dreht sich um dieses Tief drumrum. Der Ausblick für die kommenden Tage ist dann so. Am Donnerstag im Süden ordentlich Schneefälle, in der Mitte freundlich. Auch am Freitag in der Mitte freundlich. Dann im Norden wieder häufiger Schnee. Und die Temperaturen auf der frostigen Seite. Und besonders nachts geht es runter, teils bis minus 10. Das war's vom Beta. Bis dahin und tschüss.